Okay, der ist gut. Kann man machen, auf jeden Fall. So, das heißt, ich könnte jetzt eigentlich von der reinen Theorie her gleich jede Runde versuchen, einen zu töten. Ach, gut. Okay, ich hab eigentlich, dann zieh ich sogar noch ein bisschen mehr ab. Erleichter mir den Weg. Nicht ganz runterfall. Nein! Nein, 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 nee, 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 nee. Ey, willst du mich verarschen? Das ist doch nicht dein Ernst. Ich halte es nicht aus. Der hat mich ernsthaft getötet jetzt. Alter, ey, fick deine scheiß Fresse, du Pissfresse. Boah, geht den mir auf den Sack, das kann doch nicht wahr sein. Es tut so weh, ne? Es tut so gut, halt. Es tut so weh, ne? Es tut so weh, ne? Ich gehe vor. Ich bin an der Ehre. Es ist super. Muzzletoff. Es ist halt auf, hier runterzurutschen. Alter, was für ein Arsch. Echt, was für ein Arsch. Und das kann ich nicht glauben. Wirklich, ey. Was war das denn? Bitteschön. Das ist doch nicht so krass. Das ist jetzt natürlich auch wieder mega riskant. Weil ich mich jetzt gerade quasi auch wieder auf dem Serviertablett stelle vor dem Minenfeld. Bump! So. Ah, was ein Scheiß. Echt, ey. Grüße an die Vorfahren, Bruder. Oh, das geht mir jetzt auf den Sack. Das geht mir jetzt auf den Sack. Gute Festung. Gute Festung. Gute Festung. Spiel gut. So, du kriegst trotzdem jetzt erstmal... Du fliegst trotzdem rüber. Ist mir scheißegal. Echt? So, du... Gleichst dich nur einmal der zweiten Festung an. Ich weiß nicht, wie viel hier das abzieht. Aber ich schätze mal, das wird auch so um die 20 wahrscheinlich abziehen. Dann machen wir so wie eben. Nun geht er vielleicht noch mal ein Stückchen runter. Ach, 100 Energie gibt das extra. Alter, Pfade. Okay. Das ist schon mal eine Hausnummer. So. Okay. Stell dir einfach mal vor, ich hätte jetzt irgendwie, weiß ich nicht, dreimal Luftangriff oder so, ne? Also, wenn ich drei Helden hätte. Eine von den Festung und die wäre auf jeden Fall... Ja! Blaude Pistole. I love you. 250 Energie. Meine Fresse, ey. Das ist schon geil. Sieht gut aus. So. Du stellst dich eigentlich einfach mal genauso hin wie der andere Kollege dahinten. Uah! Okay, aber ich bin ein bisschen tiefer. Und hier haben wir auch nicht mehr die gleiche Ausrichtung. Ähm... Ist eigentlich egal, wen wir versuchen zu töten. Hauptsache, wir töten jemanden. Ein bisschen weiter. So. Boom! Jawohl. Hauptsache, erstmal treffen. Nach und nach behaken. Ist ja nicht schlimm. Trotzdem hätte ich keinen zweiten Luft angeguckt. Das wäre ganz schön. Alter, bitte schieß. Bitte schieß in die Wand. Bitte schieß in die Wand. Und... Ach, schade. Ui! Nicht den Sonnen. Okay. Brrrr! Für mich war erstmal nur wichtig, dass er nicht runterrutscht. Das war für mich elementar. Okay. So. Gleichspiel wie eben. Wir haben die Tickets nach oben. Wie habe ich es denn gerade gemacht? Das war auf jeden Fall... Zu weit. Gucken wir einfach mal. Ich finde es aber auch geil, dass ich den genau gleich viel abgezogen habe, den beiden. Na, das ist doch viel zu kurz. Aber wobei... Der war ziemlich gut. Ich habe nichts gesagt. Ich habe nichts gesagt. Hm. Gerade kurz mit dem Arsch über die Latte geschafft. Echt. Komm, hol die Pistole raus. Also übertreibst du jetzt nicht irgendwie mit dem Mörser oder so einen Scheiß, ne? Oder mach was anderes. As you wish, Master. Yippie-yippie-yippie-Schweinebacke. Ja, schön den... Stirb langsam gemacht. Ich habe gestern übrigens einen Film geguckt. Lucky Number 11. Der war ziemlich gut, muss ich sagen. Achso, ich habe zwar schon vor Jahren mal was von dem Film gehört. Aber habe ich mir nie angeguckt. Aber gestern mal. Schön einmal zum Poin haben die momentan. Und ja, doch kann man sich auf jeden Fall mal geben. Ich habe schon schlechtere Filme gesehen. Okay, versuchen wir uns jetzt mal um den DJ mal zu kümmern. Der hat nur 90. Vielleicht der andere. Wo ist mein Sunny? 120. Okay. Wie gesagt, da können wir da eigentlich schon echt fast Maximum machen. Ja? Ah, reicht nicht ganz aus. Doch, er ist tot. Schön. Ah, gut. Ach, sogar der Feld hat sogar unser Rangniedrigster Kulisch. Auch nicht schlecht. Okay, was mir auf jeden Fall dann fehlen wird, ist wirklich der Mörser, ne? Wenn ich den Pyromal, weil das ist eigentlich so das, wo ich mich am meisten mit schwer tue. Scheiße! Die haben schon wieder einen von mir getötet. Ich halte es nicht aus, ey. Boah, das ist doch scheiße. Ja, aber das ist doch nicht schlimm, wenn ein Schwein stirbt. Doch. Geht ums Prinzip. Ich will, dass die, das ist das Ziel, womit ich begonnen habe, bis zum bitteren Ende überleben. Auch wenn ihr dann 20 Mal die Mission sehen müsst. Ist mir scheiße egal. Man merkt, ich bin noch sehr geduldig, ne? Das ist, äh... Boah. Diep, 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 diep. Haben wir mal ein bisschen weiter weg. So. Ich hab schon wieder nichts eingesammelt. Ich, Alter, ich... So. Ich wollte mir nur mal angucken, wie das aussieht. Also, ich werd dann immer so ungeduldig, ne? Okay, ich mach folgendes. Ich versuch, die Leute gar nicht aus der Basis rauszuholen, weil diese scheiß Minenfeller gehen mir so auf den Piss, ne? Ey, das kann doch nicht wahr sein, ey. Mein Gott. Ist mir eine Ehre. Ja, ja, freu dich. Freu dich ruhig deines Lebens. Freu dich, solange du noch was davon hast. Hassel the Hoff. So. Mal gucken. Vielleicht wird's was. Vielleicht auch nicht. Ich weiß nicht. Oh, schade. Na, gut, ein bisschen was immer hin. Man muss ja auch, äh, tief stapeln erst mal. Bitte? Ich hab das nicht verstanden, was du wolltest. Ja, ich muss ja wieder anders machen. Ich muss die wieder ablenken, ein bisschen. Das heißt, ich nehm jetzt wieder meine Heldin. Das muss das sein. So. Dip, 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 dip. Dann fliegst du jetzt mal nicht in die Basis, sondern in die andere Base. Andere Azo's Bates. Oh, Mensch. Jawohl, ich hab's sogar ein bisschen erwischt. So muss das sein. Dann bleibst du jetzt irgendwie erst mal schön hier, ne? Jetzt haben die anderen dann auch wieder Lust auf Kamikaze. Dann kümmerst du dich jetzt erst mal. Ich will ja, die am liebsten ja irgendwie rausballern, ne? Dass die einfach aus der Basis fliegen, ins Minenfeld reinfliegen. Wenn ich dann damit nichts mehr an der Browser hab. Nur hab ich dann quasi meine anderen Leute gelähmt. Wenn der Held da drin ist, möchte ich die da umgehend eigentlich nur reinschießen. Ja, das ist doch schon mal ganz geil. Warum rutschen? Ja, ja. Ja, ja, komm. Und jetzt verpiss dich und stirb. Danke. So. Also, hol deine Pistole raus. Oder vomirat den Flammenwerfer. Okay, jetzt ist der Sunny dran, genau. Ich kann mir den ganzen Stress sparen. Echt, ohne Scheiß. Hätte ich drei Helden, aber okay. Hätte ich wahrscheinlich keinen anderen Schweiger gehabt. Und ich wäre gar nicht so weit gekommen, wahrscheinlich. So, okay. Wo ist er denn? Da ist der Arnie. Arneux. Gucken wir mal. So, vielleicht? Piumss. Oh, scheiße. Okay. Ich hab nichts gesagt. Ich hab immer das Gefühl, dass die Panzerfaust viel weiterschießen könnte. Alter, trügt mich wohl mein Gefühl. Das ist für mein Mutter. Wider, wa? Ich hab das nicht verstanden. Au. So. Ganz wie sie wünschen. Wann mach ich den mal mit dir? Oh, nochmal den Airburst. Du hast wenigstens einen von Natur aus. Aber ich mein, von den Waffen her ist das vollkommen okay. Der Flammenwerfer ist schon geil, wenn ich im Wasser stehe, wie ich festgestellt habe. So, vielleicht ist das besser. Die müssen ja nicht mehr viel abziehen. Ja, der kommt gut. Oh ja, der kam sogar ziemlich gut. I'll be back. Also, der kriegt auf jeden Fall noch ein bisschen Schaden. Aber gleich kriegt er dann nochmal 100 extra. Also 100 Energie zumindest. Zurück in die Steinzeit, Spinner. Ja, ist okay. Ich krieg dir gleich sogar eher eine Pistole ab. Könnte, muss aber nicht. So, ich weiß jetzt nicht. Ne, das ist auf jeden Fall nicht clever, meinem Kollegen jetzt hier auf den Sack zu gehen. Aber ich muss jetzt zwei Runden noch irgendwie überstehen. Aber wir können mal auf Spaß einfach mal versuchen. Moment. Mal den hier zu machen. Ich nehm trotzdem noch ein bisschen Abstand. Ich konnte sogar wirklich überneilen, wie geil ist das denn? War schön. Ey, du kannst dich nach oben schießen mit deinem Flammenwerfer. Okay, aber er wird zu überleben. Er wird zu überleben. Das finde ich erstmal wirklich sehr, sehr schön. Wieso habe ich jetzt zweimal Schaden bekommen? Das verstehe ich jetzt nicht. Dann können wir ganz pennen. Ich bin hinter der Mauer, ne? So, okay. Du holst jetzt erstmal schön die Energie und den Orden. Jetzt auch nicht, dass ich hier wieder nicht rauskomme. Alter, ich halte es nicht aus. Boah, es geht mir echt. Oh, Alter, es ist doch ernsthaft nicht zu glauben. Was ist Back Ops? Was ist das? Ich habe keine Ahnung. Ist das irgendwie Verstärkung? Gucken wir mal. Ich weiß nicht, was es ist. Ach. Ach, guck mal. Nein. Ja, okay. Ja, gut. Das ist ja mal ne geile Scheiße. Das heißt, ich kann mich mit dem hinbeben lassen, wo ich möchte. Okay, das wusste ich nicht. Ja, aber auch der Versuch. Ja, es war blöd von mir. Ach, Mann, ey. Ich bin so schlecht. Ich bin echt so schlecht. Aber okay, das ist viel, viel läuft wirklich unglücklich. Und das würde ich dann auch wirklich dabei beibehalten. Da liegt es nicht immer nur an meiner schlechten Spielweise. Das gerade war auf jeden Fall so, ne. Weil ich wusste auch einfach nicht, was es ist. Und ich wusste nicht, wie ich da rauskomme. Und für mich war das Thema abgeschlossen. Weil ich halt nur noch 35 Energie hatte. Oder wie viel auch immer das war. Aber immerhin habe ich jetzt was gelernt, ne. Boah, ich gebe erst auf den Sack, Alter. Dass ich hier so schleppend vorankomme, ne. Das geht mir so auf den Piss, ne. Aber es ist natürlich auch nicht notwendig, dass jedes verkackte Schwein den Krieg überlebt, ne. Aber ich will es trotzdem machen. Ich habe noch die Bindung zu den Schweinen. Wie kriege ich vor, ist krass. Können wir einen Controller essen. Aber es ist ja immer so knapp, es ist immer so knapp, dass jeder nur so 20 Energie hat von den Gegnern. Und dann war, guck mal, Mienfeld. Spacken, ey. Das ist in so vielen Missionen schon der Fall gewesen. Boah, rede ich mich gerade in Rage. Mein Gott. Okay, komm. Und wie immer das gleiche Spiel nochmal. Jetpack rüber. Ich hole mir die Scheiße jetzt da oben. Ich gehe nicht in die fucking Basis. Fickt euch. Echt. Pissfressen, ey. Boah, ich bin so wütend gerade, ne. Meine Güte, ey. Kannst du keinem erzählen. Hui. Ja, ja. Du hast Schaden genommen. Runde ist zu Ende. Komm. Kapp das Seil. Juggle-Fuck. Ich kann mich echt zu was von einem Arschlech. Boah, mein Gott. Ich krieg da auch, ich krieg da nicht mehr aus dem Kopf. Ich bin echt böse.